Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, es hat geschneit. Ich bin eben die ganze Zeit wieder hochgelaufen in mein Zimmer. Vom Gartenhaus, von den Schneemann bauen und so. Und wir werden eben jetzt den Schneemann zeigen. Und hoffentlich passiert dann irgendwas Lustiges. Viel Spaß! Alter! Ja, los! Ja! Emy? ey? Emy? Ja. Halt's up, huh?